Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Sonntag, der 8. Juli 2018 um 12.28 Uhr. Beim letzten Kirchenglockengebimmelt bin ich wach geworden um 11 Uhr. Jetzt haben wir es um kurz vor halb eins und jetzt bimmelt es wieder. Ich bin da nicht so belesen oder nicht so informiert, warum, aber bestimmt ist Gottesdienst vorbei, also ich weiß es nicht. Ja, es ist Sonntag, ich habe schon Wäsche am Waschen im Bad, einen Kuchen im Ofen, den ich für morgen brauche für die Arbeit. Eine Kollegin hat Geburtstag und da will ich einen Kuchen mitbringen, so einen Mandarinen-Schmandkuchen. Ich habe gerade den Finger in den Schmand oder in die Teig, nicht Teig, in die Oberfläche gesteckt und das ist voll lecker. Naja, das backt jetzt eine Stunde, so gegen 13.30 Uhr muss ich es aus dem Ofen holen und ja, ich werde jetzt noch was frühstücken und dann geht es los mit Streamen und Spielen. Mal gucken, was ich spiele und streame, ich weiß es noch nicht genau, aber wird sich bestimmt was finden. Ansonsten, gestern der Grillnachmittag bei Andi war ganz angenehm, war schön, ihn mal wiederzusehen, mit ihm zu sprechen. Jesse war auch da, wenn auch nicht den ganzen Nachmittag, ansonsten war es leider etwas leer, aber was soll's, kann man nicht ändern. So hatten wir ein bisschen mehr Ruhe und konnten uns austauschen, was so die letzten Tage und Wochen passiert ist. Ja, und dann bin ich irgendwann so gegen 20 Uhr mit dem Rad wieder zurück zur S-Bahn, S-Bahn gefahren, dann wieder ein Stückchen Rad und das war ganz angenehm. Es ist zwar ziemliche Buckelpiste da draußen in Pankow oder noch ein Stückchen weiter, aber es war, ja, ganz angenehm. Und heute werde ich streamen. Nachher noch ein, zwei Waschmaschinen waschen und die Wäsche raushängen. Ist gerade wieder schön warm und dann mal gucken, was der Tag noch so mit sich bringt. Ja, ich wünsche euch was. Habt einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche. Und wenn ihr mögt, schaut einfach in 30 bis 60 Minuten oder so mal auf meinem Twitch- bzw. YouTube-Kanal vorbei. Also dann, renn ja hauen, ne? Bis dann, tschüss! Also dann, renn ja hauen, ne? Bis dann, tschüss!